Wenn du Unternehmer oder Unternehmerin in der Schweiz bist, dann wurde dir sicherlich schon mal die Säule 3a empfohlen als Investitionsobjekt. Vielleicht wurde dir auch gesagt, so hey, damit kannst du mega Steuern sparen und das ist eine richtig coole Steuersparmaßnahme und so weiter. Aber wir werden jetzt anschauen, ob sich das wirklich so lohnt und wir werden auch so ein bisschen in die Zahlen gehen und auch so ein bisschen die Renditen ganz grob berechnen, damit du sehen kannst, in welchen Fällen sich das überhaupt lohnt und in welchen nicht. Also wir werden vor allem die Vorteile anschauen von der Säule 3a, die Nachteile, die Alternativen, vor allem wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist und ich werde dir am Ende mein persönliches Fazit geben, weil ich bin der Meinung, dass es sehr viel Falschinformationen über die Säule 3a gibt und dass sehr viele falsche Investmentempfehlungen ausgegeben werden. Also legen wir doch direkt mal los. Zuerst mal, was ist die Säule 3a? Die Säule 3a ist eine Investitionsmöglichkeit, die du hast als Privatperson, aber auch als Unternehmer oder Unternehmerin und die dient dazu, dass du ergänzend zur ersten Säule und zur zweiten Säule noch ein drittes Instrument hast, um in deine Pensionierung in dem Sinne zu investieren, dort einzuzahlen, sodass du eine höhere Rente genießen kannst oder eben eine größere Auszahlung, wenn du dann in Rente gehst. Bei der dritten Säule unterscheidet man auch noch zwischen der Säule 3a und der Säule 3b. Die Säule 3b werden wir hier in diesem Video nicht besprechen, das ist eher eine freie Vorsorge, während die Säule 3a eine gebundene Vorsorge ist. Also das bedeutet einfach, die Säule 3b, dort diese ist viel flexibler einsetzbar, die kannst du auch früher zum Beispiel auflösen, da hast du insgesamt mehr Flexibilität, die bietet aber auch nicht die Steuervorteile, die du zum Beispiel mit einer Säule 3a hast. Also vielleicht ganz kurz ein Beispiel für die Säule 3b ist zum Beispiel eine Lebensversicherung, die du selber abschließt und bei der Säule 3a geht es darum, dass du eine Einzahlung machst, entweder in eine Bank oder eine Versicherung und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das entweder auf eine Art von Sparkonto legen sozusagen, normalerweise sind die Zinsen auch höher als bei einem normalen Bankkonto. Das liegt natürlich daran, dass das Geld extrem lange gebunden ist, natürlich je nachdem wie alt du bist, bis zur Pensionierung auf jeden Fall. Es gibt auch gewisse Ausnahmefälle, die werden wir jetzt auch noch gleich anschauen, aber grundsätzlich ist die Säule 3a die gebundene Vorsorge und genau, das heißt die ist gebunden, dort ist das Geld sozusagen blockiert und es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Säule 3a so investiert, dass es nicht so eine Art von Sparkonto ist, sondern dass man das auch in Aktien investieren kann und so weiter. Da ist es einfach so, dass in der Regel die Bank oder die Versicherung entscheidet, in welche Aktien oder in welche Wertschriften investiert wird. Wie schon erwähnt, kann man die dritte Säule, also die Säule 3a vor allem, auszahlen lassen vor der Pensionierung. Da gibt es auch gewisse Voraussetzungen, wenn man zum Beispiel ins Ausland zieht oder wenn man ein Eigenheim bauen lässt zum Beispiel oder wenn man ein Eigenheim umbaut zum Beispiel oder wenn man sich selbstständig macht. Also sprich, wenn man eine Einzelfirma, eine Kollektivgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft gründet und damit dann das Säule 3a Geld bezieht. Noch zu guter Letzt, es gibt gewisse Maximalbeiträge, wie viel du in die Säule 3a pro Jahr einzahlen kannst. Bei selbstständig Erwerbenden ist das noch ein bisschen anders. Dort kannst du bis zu 20% von deinem Reingewinn bzw. Reineinkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit in die Säule 3a einzahlen bzw. bis zu einem Betrag von 34.416 Schweizer Franken. Diese Maximalbeiträge, die wechseln teilweise auch von Jahr zu Jahr. Das heißt, da ist es wichtig, sich auch entsprechend von der Bank oder Versicherung beraten zu lassen bzw. das findet man normalerweise auch auf Google, dass man da eben Maximalbetrag, Einzahlung Säule 3a eingeben kann und dann das Jahr zum Beispiel 2022. Jetzt kommen wir aber zu den Vorteilen von der Säule 3a. Einerseits, wenn man hier in die Säule 3a einzahlt, in dem Jahr, wo man den Betrag einzahlt, dann kann man das in der Regel vollständig von der Steuer abziehen. Wenn man wiederum die Säule 3a auszahlen lässt, sei es bei Pensionierung oder eben, wenn man eine von diesen drei Methoden wählt, die ich vorhin erwähnt habe, um das früher auszuzahlen, dann wird dieses Geld nur zu einem Bruchteil besteuert. Also das heißt, ein großer Vorteil von der Säule 3a ist eben voller Abzug bei der Einzahlung und nur ein teilweise Abzug bei der Auszahlung. Und die Steuersätze bei der Auszahlung betragen in der Regel so zwischen 5 bis 8 Prozent. Das hängt davon ab, in welchem Kanton du lebst. Ein weiterer Vorteil ist, dass du bessere Zinssätze hast als bei einem normalen Sparkonto zum Beispiel bei der Bank. So, jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen. Du hast gesehen, ich habe gar nicht so viele Vorteile aufgelistet. Das liegt daran, dass aus meiner Sicht die Säule 3a sehr viele Nachteile hat, vor allem, wenn du Unternehmer oder Unternehmerin in der Schweiz bist und insbesondere, wenn du ein digitales Unternehmen hast oder zum Beispiel Coach, Berater, Experte, Dienstleister bist oder zum Beispiel E-Commerce betreibst oder wenn du eine digitale Agentur hast. Und wir werden das genau jetzt anschauen. Zuerst mal, das Geld ist gebunden. Das bedeutet, wenn du das Geld eingezahlt hast, dann ist es in der Regel bis zur Pensionierung geblockt oder beziehungsweise eingefroren, es sei denn eben, du nimmst einen von diesen drei Möglichkeiten, die ich vorher erwähnt habe, um das Geld vorher auszuzahlen. Aber das hat auch gewisse Nachteile oder das braucht gewisse Voraussetzungen, die nicht immer gegeben sind. Also das bedeutet, du hast generell einfach keine Kontrolle über dein Geld. Und vor allem, wenn das Geld eingefroren ist und du keine Kontrolle hast, wenn dann zum Beispiel eine größere Inflation kommt oder eine Rezession oder irgendwas im Finanzmarkt passiert oder in der Welt, das einen wesentlichen Einfluss hat auf diesen Betrag, insbesondere wenn du das auch über eine Aktiensäule 3a sozusagen in Anführungsstrichen investiert hast, dann kann das sein, dass plötzlich sich dein Geld vernichtet von Jahr zu Jahr und du musst dann einfach zuschauen und sehen, wie dein Pensionsgeld in dem Sinne immer kleiner wird. Und ja, das ist natürlich ein extrem großes Risiko. Und wie schon erwähnt, sind auch die Zinsen vielleicht etwas besser beim Säule 3a-Konto, aber aus meiner Sicht rechtfertigt das nicht, dass das Geld dann eben so lange geblockt ist. Wie gesagt, kannst du das dann auch in Aktien oder Wertpapiere anlegen, aber da musst du einfach bedenken, dass dann dein Banker zum Beispiel hier die volle Kontrolle darüber hat und du musst einfach hoffen und beten, dass der das richtig für dich anlegt. Also das kann auch sehr riskant sein. Also gerade wenn es um Aktien und Wertpapiere geht, wenn du da keine Kontrolle hast und das Geld wie eingefroren ist, dann kannst du nicht reagieren, wenn du siehst, dass das irgendwie falsch angelegt wird. Dann wird immer wieder erwähnt, ja, Säule 3a ist ja so super, weil du kannst es ja vollständig von der Steuer abziehen. Wenn du aber jetzt einfach mal ganz logisch dir das anschaust und auch eventuell eine ganz grobe Berechnung machst, wie viel Rendite du wirklich tatsächlich pro Jahr dann hast, wenn du auch diese Steuersparnis mit einkalkulierst, dann wirst du feststellen, dass die Rendite pro Jahr extrem schlecht ist auf dieser Säule 3a-Einzahlung, weil klar, du sparst im ersten Jahr, sparst du entsprechende Steuern, vielleicht sind das auch 20%, vielleicht sind das 25%, die du auf diesem Betrag dann sparst, aber das Geld ist ja dann zum Beispiel 30 oder 40 Jahre geblockt, das heißt, du musst eigentlich diese Steuersparnis dann auf dem ganzen Zeithorizont einfach mal ausrechnen und dann wirklich die jährliche effektive Rendite berechnen. Und wie ich schon erwähnt habe, als Unternehmer oder Unternehmerin hast du einfach deutlich bessere Alternativen. Deswegen, wenn dir irgendein Treuhänder oder irgendein Finanzberater rät, dass es eine sehr gute Idee ist für dich als Unternehmer oder Unternehmerin, in die Säule 3a einzuzahlen, dann solltest du wirklich extrem skeptisch sein. Es gibt sogar Treuhände, die dir selber diese Säule 3a verkaufen, da solltest du noch skeptischer werden, weil dann kannst du davon ausgehen, dass diese Person auch ein Eigeninteresse hat, daran Geld zu verdienen, weil du musst wissen, an diesen Säule 3a Produkten verdienen Versicherungsberater teilweise am meisten im Vergleich zu anderen Versicherungsprodukten und deswegen solltest du sehr stark aufpassen, wenn dir sowas empfohlen wird. Aber jetzt kommen wir genau in diese Möglichkeiten, die du als Unternehmer oder Unternehmerin hast. Und zwar empfehle ich immer wieder, insbesondere wenn du in den ersten paar Jahren bist, sagen wir Jahr 1 bis 3 oder wie auch immer, dann solltest du idealerweise lieber das Geld in dein Unternehmen reinvestieren, also sprich in Dinge wie Werbung, Coaching, Beratung, Website, Branding, YouTube-Kanal etc. Also alle Sachen, die deinen Umsatz weiter erhöhen, weil wenn du jetzt deinen Umsatz erhöht von deiner Firma, dann wird das vielfach besser sein für deine Pensionierung am Ende, weil du damit nicht nur mehr Cashflow generierst, sondern du generierst auch einen größeren Firmenwert. Und wenn du deine Firma dann irgendwann im höheren 6-stelligen oder sogar 7-stelligen Bereich verkaufst, dann hast du auf einen Schlag hast du dann einen großen Betrag, der natürlich für deine Pensionierung extrem wertvoll sein kann. Und ich sage immer bei Investments, es gibt zwei wichtige Dinge. Und zwar ist es einerseits, dass du die maximale Kontrolle hast über dein Investment und auch die maximale Information. Das bedeutet, wenn du in eine Säule 3a einzahlst, dann hast du praktisch überhaupt gar keine Kontrolle darüber, insbesondere weil das Geld so lange geblockt ist. Also weniger Kontrolle kann man teilweise gar nicht haben. Wenn du zumindest in irgendwelche Aktien oder so investierst, dann kannst du diese ja immer noch jederzeit verkaufen zum Beispiel. Das heißt, schlechtere Kontrolle gibt es gar nicht. Und auf der anderen Seite hast du auch nur einen Bruchteil der Information, weil du weißt nicht genau, was im Finanzmarkt so noch passieren kann oder was die Bank damit macht oder die Versicherung, ob die Bank eventuell irgendwann mal selber in finanzielle Schwierigkeiten gerät oder so oder ob das zum Beispiel in irgendwelche komischen Aktien angelegt wird. Du hast einfach nicht wirklich die Information, was damit genau gemacht wird. Und wenn du dein eigenes Business hast und dort das Geld reinvestierst, dann hast du ein maximales Maß an Kontrolle, weil es gibt niemanden auf der Welt, der mehr Kontrolle hat über deine eigene Firma. Und du hast auch die maximale Information, weil du genau weißt, was in deinem Unternehmen passiert. Wie ich vorhin erwähnt habe, kannst du auch deine Firma dann verkaufen für einen recht hohen Betrag, wenn du natürlich hier einen guten Job machst im Unternehmensaufbau. Und da musst du bedenken, in der Schweiz ist das Ganze steuerfrei, wenn du deine Firma im Privatvermögen hast. Das heißt, ich wiederhole das einfach nochmal, das ist steuerfrei. Also stell dir vor, du verkaufst dein Unternehmen für eine Million, dann musst du darauf keine Steuern zahlen, wenn das im Privatvermögen ist. Das heißt, das ist eine extrem gute Möglichkeit, hier dein Geld zu reinvestieren. Jetzt kommen wir aber zu den Situationen, wo sich das trotzdem lohnen könnte. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass wenn du in die Säule 3a einzahlst, dann kannst du dort den Maximalbetrag entsprechend von den Steuern abziehen. Und wir haben ja gesagt, das Problem ist, dass es so lange geblockt ist, vielleicht 30 oder 40 Jahre. Und dass dadurch, wenn du dann die effektive Rendite berechnest auf den ganzen Zeitraum, dann lohnt sich das nicht, wenn du schaust, wie viel Rendite du pro Jahr dann wirklich machst. Aber wenn wir jetzt in der Lage sind, diesen Zeitraum zu verkürzen, kann sich das natürlich lohnen. Und insbesondere, wenn du hier deine Säule 3a vorher auszahlen lässt, durch diese Möglichkeiten, die ich früher erwähnt habe, eben zum Beispiel Backzug ins Ausland oder eben Eigenheim kaufen oder umbauen oder zum Beispiel Selbstständigkeit gründen, dann kannst du diesen Zeitraum wesentlich verringern. Das bedeutet, wenn du jetzt vorhast, in ein paar Jahren dann so ein Eigenheim zum Beispiel sowieso zu kaufen, dann könnte sich das trotzdem lohnen, in die Säule 3a einzuzahlen. Ich will einfach hier erwähnen, ich selber bin nicht so ein Freund davon, in ein Eigenheim zum Beispiel zu investieren. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du das Säule 3a Geld beziehen kannst, wenn du eine selbstständige Erwerbstätigkeit gründest. Aber auch da muss man aufpassen, weil wenn du zum Beispiel selber schon eine Einzelförma gehabt hast, die länger als zwölf Monate ging, dann kannst du nicht einfach in eine zweite Einzelförma gründen, um das Pensionskassengeld zu beziehen. Das bedeutet, wenn du das machst, dann musst du das wirklich ganz sorgfältig planen und lass dich da bitte auch beraten. Das ist eine Situation, wo das eventuell trotzdem Sinn ergeben könnte, in die Säule 3a einzuzahlen. Eine weitere Situation, wo das eventuell auch Sinn ergeben könnte, ist, wenn du einfach so viel Geld hast und keine Möglichkeiten mehr hast, zu reinvestieren in dein Business oder in andere Dinge, die eventuell eine höhere Rendite haben, dann könnte das eventuell auch Sinn ergeben, in die Säule 3a einzuzahlen. Aber ich würde sagen, hey, im Unternehmertum gibt es immer so viele Möglichkeiten, wo du rein investieren sollst. Lass dich da auch gerne beraten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie du deinen Umsatz ankurbeln kannst, sodass es sich deutlich mehr lohnt, in der Regel in andere Dinge zu investieren. So, jetzt kommen wir aber zu meiner persönlichen Empfehlung. Wie du rausgespielt hast, bin ich nicht so ein großer Fan von der Säule 3a. Und wie schon erwähnt, kann es sein, dass dein Treuhänder oder dein Finanzberater dir die Säule 3a empfehlen, aber dass es eventuell nicht das Beste für dich ist. Und da will ich nochmal sagen, ich will hier nicht böse sein und nicht schimpfen über andere Berater. Meistens ist das sogar vielleicht gut gemeint. Aber es kann sein, dass die Person das einfach nicht besser weiß oder die Sache auch nicht so genau analysiert hat. Und wie gesagt, das Geld ist einfach zu lange geblockt aus meiner Sicht. Das heißt, in den meisten Fällen rentiert sich das nicht, wenn du die effektive Rendite pro Jahr auf den ganzen Zeithorizont ausrechnest. Und es ist auch so, dass klar, du kannst es auch vorher beziehen, wenn du eben zum Beispiel diese Selbstständigkeit aufbaust oder eben das Eigenheim kaufst und so weiter. Aber das sind Sachen, die teilweise eventuell gar keinen Sinn geben, weil zum Beispiel ein Eigenheim zu kaufen ist auch nicht wirklich das beste Investment. Aus meiner Sicht, vielleicht ist es meine persönliche Ansicht. Wie bereits erwähnt, kann das auch problematisch sein, wenn du bereits eine Einzelfirma hast und die schon über 12 Monate besteht, dann kannst du nicht einfach irgendwann nochmal eine Einzelfirma gründen, wenn du dann das Pensionskassengeld beziehen willst. Also das kann problematisch sein. Und ja, wenn du die Schweiz so liebst wie ich, dann bist du auch eventuell nicht fern davon, ins Ausland zu ziehen. Das bedeutet, die Möglichkeiten sind wirklich begrenzt aus meiner Sicht. Wenn du das Ganze in dein Unternehmen reinvestierst, dann baust du praktisch eine Gelddruckmaschine und du kannst diese Gelddruckmaschine sogar irgendwann nochmal verkaufen, wie ich das erwähnt habe, für einen größeren Verkaufspreis. Also aus meiner Sicht gibt es praktisch kein besseres Investment, insbesondere wenn du in den ersten Jahren von deinem Unternehmensaufbau bist und sehr viele Hebel nutzen kannst, um dein Business anzukommen. Jetzt solltest du also wissen, was die Vorteile sind von der Säule 3a, was die Nachteile sind, in welchen Situationen das eventuell trotzdem Sinn ergibt und vor allem, wie du handeln solltest, wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist und wenn du dich in einer Situation befindest, wo du darüber nachdenkst, in die Säule 3a einzuzahlen, aber du bist dir noch unsicher, ob das bei dir Sinn ergibt, dann kannst du gerne bei uns einfach eine kostenlose Beratung buchen auf telepski-treuhen.ch Wir werden dann in einem Erstgespräch darüber reden, ob und wie wir dir helfen können. Ich freue mich jetzt schon darauf, dich zu sprechen und wenn du mehr von solchen Content sehen willst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal und klick die Glocke unten, damit du jederzeit informiert bist, wenn wir mal ein neues Video rausbringen. Also viel Erfolg und bis bald.